Yo Leute, was geht und willkommen bei einem neuen Video. Ja Leute, ich könnte gerade wirklich anfangen zu heulen. Diese Missgeburt hier, der Hals, Maul. Leute, ich war gerade bei einem Kollegen am chillen und er sagt zu mir, ey komm zu mir, drehen dein Video, bla bla bla. Und ich dachte mir so, ey komm Digga, komm lass was geiles drehen, Alter. Dann komme ich zu denen, ey Leute, ich heule gleich, Alter, ich könnte gerade heulen, wirklich. Ich komme zu denen an, noch ein anderer Kollege war da, ich gebe den Check, umarme ihn, während ich umarme, was diese Missgeburt macht, ey. Olo, man, it's just a prank, man. It's just a prank. Er hat meine Haare radikal gefickt, Leute. Er hat 0,00 gemacht, er hat komplett weggemacht. Bei ihm habe ich nur 7 Millimeter gelassen, Alter. Schönenlo. Leute, guckt euch das mal an, meine Haare. Leute, ich will gerade heulen. Tschüss, die liebe Obrichchen. Guck mal, Leute, meine Haare, oh mein Gott. Ich bin ganz ehrlich, du hast schöne Haare, Digga. Guck mal, so hellbraun, blonde Mischung, schwarz. Leute, guckt euch das mal an. Überall. Leute, meine Haare. Da auch. Spess. Ey Leute, ich will gerade mal gucken, ich drehe. Olo, man. It's just a prank, oder nicht? It's just a prank. It's just a prank, man. It's just a prank, Alter. Nein, das dürfst du nicht machen, Digga. Boah, doch, Alter. Nein, Digga. Doch, Digga. Nein, Digga. Wenn du hast keine Schwester, dann hab ich ein bisschen gefickt. Nein, Digga. Nein, Mann. Das fällt es auch rein. Ich glaube, es ist so ein Pena, der zieht richtig durch, du dummer Spast, Alter. Bro, du bist so eine Missgeburt. Leute, der hat auf jeden Fall meine Haare so gefickt, nicht so eine Missgeburt. Das Video wird er wahrscheinlich die Tage online stellen. Das ist Spasti, Alter. It's just a prank, Bro. Ja, Leute, jetzt muss ich meine Haare irgendwie so erst mal stylen, weil ich noch ein Scheiß Fotoshooting habe. Und ja, Leute, wir sehen uns bei einem neuen Video wieder. Tschüss.